. Ja, dann mach du. Hallo, herzlich willkommen zu The Messenger. Ja, nee, da mach ich. Kleiner durchgenommen, The Messenger. Den hab ich übrigens beim ersten Mal besiegt, aber muss ja nicht. Beim Dschungel bin ich leider nicht geupdatet, weil ja auch gerade gesagt, Dschungel ist super. Dschungel guck ich dieses Jahr nicht. Ich war aber auch noch nie so ... Das ist aber auch unfair, mich mit Bachelor abzulenken. Beim Boss das hab ich nicht gemacht. Das war jetzt wirklich ein Konzentrationsproblem. Du musst halt die Lampen schlagen und ... Das war gut. Das war schön. Okay, ich werd langsam ein bisschen himmelig. Das heißt aber, es ist eigentlich ein gutes ... Okay, Freunde, langsam sind wir da. Was war das? Was war das gerade? Weiß ich nicht. Dieser gut aussehende Cartoon-Charakter. Ich hab ... Was war das gerade? Jetzt gehen wir hier auf unseren Sender. Wir haben einen Sender. Ach, du bist jetzt echt ... Ey, ist wieder Inception Teil 2 hier gerade. Lieblingsmoment aus fünf Jahren Sendergeschichte ist ... ... der Zusammenschnitt von Colin Gäbel aus Beef Junior. Und zwar die Highlights all seiner verbalen Ausbrüche. Finde ich aber gespannt. Könnt ihr mal aufhören, ihr mal Tipps zu geben, ihr kleinen ... Was bist du doch? ... unfairen Doofspieler? Hältst du uns prallt die Kacke, jemandem Kackbär ab? Wo ist der Kind? Wo ist der Kind? Fick die Rattenkacke! Fick die Kacke! Rattenkacke! Flachstelle! Puppelscheißhausen Wichsanal! Ah, was für die Fick die Reunige Fickscheiße! Aber das war Leben, Lacko Mio Fanto! Zweite Rolle! Ja, okay, das müssen wir jetzt mal hier kurz kurz passieren. Das ist ja furchtbar. Was, wie soll ich das mit Wussi ... Also, hätt ich das schon gewusst, dass ... Naja, dass ich mit so einem vulgären Menschen ... Ja! ... mir ist in meinem Leben noch nie ein Ausdruck über die Lippen gekommen. Nee! Genau, aber welche Wände gehen jetzt hoch? Ach, ach, die ... Oh, fuck! Was? 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 Er kommt nicht hoch! Was war das? Weiß ich nicht, das passiert im Alter. It's tricky to blablabla. Ich weiß nicht, wie ... Ein Schlag! Oh! Und jetzt? Oh, Achtung, Schuss! Weiter, 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 weiter. Oh, weiter, 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 weiter. Oh! Der hat mich auch ... Aber der Elbow-Drop, den macht er wieder mal! Wie viele denn noch? Wie viele? Jetzt hau ihn kaputt! Die Gefahr, dass wir das ... Scheiße! Ah, man wird aber auch nie belohnt! Ja, man könnte ihn killen, das haben wir auch gemerkt. Tick, was? Wieso denn? Aus verschiedenen Gründen. Ist alles nicht so schlimm. Ja, sehr gut gewartet, bis die Plattform richtig weit weg war. Perfektes Timing nennt man das. Sie hat einfach gesprochen. Auf dich war es ein ... Wieso? 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 Wenn's sein muss, Gebeldeck! Scheiße! Ich kann nicht! Leckibärchen und seine ... Leckfreunde! Teufel, ey! Leckibärchen und seine Leckfreunde! Warum krieg ich das für Applaus? Ich hab's doch nicht geschafft. Ja, so macht man's nämlich. Lass dich nicht von Merlin ihm sein. Ah, ist so dumm! Stirbst du einen Raum doch später, sagt das Joypad, see you later. Jetzt willst du wieder, ich weiß, was du willst, aber das kann sich jetzt ... Zu gierig! Zu gierig, du sagst es. Ja, Tauchbär! Nein! Das war aber gut. Und jetzt schlacki, schlacki. Ah, Kletschibär. Kletschibär. Verfickte Ficke! Ja, du wolltest Schwebemann machen, ne? Bäm, 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 bäm. Nein, nein! Ich muss gleich ... Okay, ich hab den Finger schon auf B. Ja, das ... Bärchen, das hat mich auch ... Dumm, 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 dumm! Ha, ha, ha! Leckmichel! Ist das so? Ach, Keckchen, das war ich zu stolz auf mich selbst grade. Keckchen. Keckchen, hast du Keckchen gemacht? Hast du Keckchen gemacht? Feines Keckchen hast du gewusst. Pisschen, Keckchen. Keckchen. Hatten wir eben noch nicht, ne? Siehst du, der Karte, oh, da ist nix drunter? Jetzt schon. Wir können noch mal zurückswitchen und den Beweis ... Der geht gar nicht. Man muss ja durchlaufen halt. Ja. Ne? Aha. Ja. So. Okay, anfangen wir ... Mit welchem Selbstbewusstsein ... ... in den Tod gestürzt bist du? Aber du hast ... Ich hab's auch gedacht. Okay, 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 gut. Lass mich meine Strategie noch mal überdecken. Ah, ist das geil. Jetzt muss ich links weitergehen. Ja. Alter Leckficker! Ars-Maden-Prinz. Meine Güte, ein blödes Loch-Maul. Das ist der Leckficker. Ja. Höh, höh! Ach, fuck dich doch, Colin. Ach, ich hab's ... Ja, guck doch mal diese Scheiße an! Wegschlagen. Du darfst nicht so ungeduldig sein. Also such nie nach so was wie ... Fick, der Fick, Fick. Fuck, Fick, der Fick. Das könnte so sein ... Ach, guck, der Ball, der Ball, der Ball! Ah, der Ball! Oh, der Ball. Ah, leckig. Schrei mich doch nicht. Mann! Schupata-ta-ta-ta! Oh, der Ball hat er nicht so einfach ... Uiuiui. Ich hab's geklappt und alle Hauseschläge, alles kaputt. Ah! Was machst du denn? Ich weiß nicht, wo ich hin will. Nach oben. Zum Siegel. Wie bist du denn noch mal so ... Ich hab mal oben, Mann, du bist ... Nein, nein, nein. Ich hab so eine Sauerstoff-Unterversorgung in mir. Da! Wo? Links runter. Nein! Nein! Okay, was links ... Aber ... okay, wo? Links runter und den Haken! So. Ah! Den hat nichts gebracht, der Haken! Hopp, haken. Hopp, haken. Hopp, 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 hopp. Haken, hopp, hopp, hopp. Alter, du machst mich wahnsinnig. Die Dinger sind so viel nerviger, als sie aussehen. Ja, Captain Sackmichel und sein schlecht gelaunter Kotzbruder. Captain Sackmichel und sein schlecht gelaunter Kotzbruder. Ist was? Wenn das eine Zeichentrickserie auf Netflix wäre, ich würde da durchaus mal reinschalten. Captain Sackmichel und sein schlecht gelaunter Kotzbruder. Ha, 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 ha. Jetzt einfach nur rüber und an die Wand haken dann. An die rechte natürlich. Ha, 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 wie dumm. An die rechte, da war keine rechte Wand. Da, auf der anderen Sonne. Ja, Sonnentonno. Ha, 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 ha. Das war einfach mega dumm, Alter. Er hat es halt mit so einem ... Ich bin schon wieder im Agro-Land. Meine Satansnudel. Reiß doch aus. Leckomio. Altes Gesicht. Mann. Arschgeleckte Maulsau. Hey, das ist echt schwer. Was ist aber jetzt ... Oh. Ja, was ist denn los hier? Halleluja. Skill-Calling ist back in building. Ich hab gedacht, das ist für die schlimmste Stelle im ganzen Spiel. Ja, du brauchst diesen Druck. Ja. Das ist wie beim Kacken. Ja. Du brauchst den Druck, damit's voran geht. Sonst machen wir jetzt kein Diamant. Ja. Aber was ganz geil ist ... Mano! Ich hab am Wochenende wieder mal, zum zweiten Mal, ähm ... Aaaaaaah! Oh, den ist der Sack. Ah, Lecky-Phantom. Leckbärchen kackt mich in die Arschgeburt! Ja! Das ist wieder alles in Cetar. Seinster-Rage. Oh, oh, der muss einen lassen uns machen. Was tut er? Ah! Ah! Ich geh einfach nur runterfallen. Ich geh einfach nur runterfallen. Hui, hui. Ich geh einfach nur runterfallen. Ich geh einfach nur runterfallen. Gefangen im Turbo-Modus. Das Einzige, was ich kann, ist, Deddy Halle-Polten. Halve ... Ja, da kann ich mich aber auch ... Ich hab jetzt ... Also, Deddy! Sie sind aber ... Eine Flasche Pommes! Wahnsinn! Den kennen die Kids gar nicht mehr. Alter, ich hab... Ist du noch so wie früher? Tja! Was? Was war die Frage? Ist ich noch für vier? Oh nein! Die Wand! Die Wand! Die Wand! Nee, jetzt will ich auch nicht spielen. Nee, 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 nee. Ich bin doch nicht bescheuert. Nee, die Wand! Ey, der ganze Rücksetzpunkt-Scheiß. Ah, ich dachte... Oh nein! Ist auch ungelost! Oh, okay, ich fände runter! Jetzt spielen wir uns ganz schön wieder da hinten. Da ist eine Wand! Okay, dann kannst du ja sagen, ich hab's euch allen gesagt. Gucken wir uns doch mal genau an, wo da rechts die Wand offen ist. So. Da ist jetzt rechts die Wand. Zwei Bilder nach rechts. Ja, ja. Soll ich jetzt vor. Aha. Ja. Ist ja schön, dass da offen ist. Kann ich nur jetzt über Lava wandeln? Ich kann! Du Trottel, ey! Alter, die Wand ist zu! Wie ich's grade hasse, dass ihr alle recht habt! Wie ich es grade hasse! Oh Gott! Alter, ich lacke dich doch! Wieso gehst du denn nicht einfach auf die Plattform? Ich weiß nicht, geht! So. Boah! Ah! Ah! Gack ich denn! Kack! Ey! Ich kack kein Problem! Ich bemühe mich ja! Ach, die Stelle hier! Ach komm, wie war das nochmal was? Ja, halt hochhüpfen, ne? Ja. Oh mein Gott. Alter, Entschuldigung. Es ist zwar unterhaltsam, aber es ist auch schmerzhaft. Ja. Ey, warte mal, da komm ich halt... Alter, meine Fresse, ey. Das ist nicht dein Ernst, dass du da jetzt nicht hochhumpfst? Sag mal, Colin, was ist denn da los? Hast du gesoffen oder was? Alter, ich komm da nicht hin! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss ehrlich sein, das erwartet die Zuschauer. Jetzt bitte, 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 okay. Du... Ah, das hab ich nicht aufgewandt! Was hab ich nicht rüber? Das hab ich nicht... Ja, ja! Boah, Fickbärchen und seine Leckmuschel. Arschgeweih, du... Och Gott, oh Fickbär. So. Oh, Leckofon, 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 Leckofon. Oh, ich pass, der hat dich fast. Leck, leck, ah! Da läuft's flüssiger als bei mir auf dem Aschleer. Man! Du Bomb-Soldat! Oh, was? Oh, das ist ja ... Okay, das ist ... Oh, ist das eine ... Okay, das ist ... Jetzt ändert er die Regelung, jetzt ist die Frage ... Also, kannst du's probieren. Ja? Wunderbar, wunderbar, wunderbar! Oh, der Fick, den doch gelacht, du machst ... Arschloch, du! Hast du sehr gut gemacht, Eddy. Gib dir einen realen Applaus. Ähm, ja, dann schick mir den Sia vorbei. Ja, nee. Ich hab den entsorgt. Ja, wie immer, weißt du doch, bei der Kiesgrube. Der war etwa so, wie der gespielt hat, ich glaub, der war auch drauf. Irgendwas hat der genommen oder so, also, es ging überhaupt nicht. Und, äh ... Ja, schick den Sia vorbei, ne? Er ist gleich, cool. faustierfer auf das paubere투ailleurs cookie ... Und das concentrating ...